OOOOOOH Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered Ich hab keine ahnung was gerade abgeht weil es lange her ist Nur die letzten Folge... so was hab ich denn hier Seelenpfeile und Sperra Seelenpfeil Also soweit ich weiß Haben wir Ornstein und Smoke besiegt Genau. Oh, und, wir hatten, na, Wir hatten glaube ich nach da unten, genau hier mit der Rüstung an, Silber mit der Helm, Stolpen, Hose. Achso, ok gut, das macht Sinn. So, ist gerade eh ein bisschen laut. So, also, lebst du? Ne. So, 500 Schaden, klingt gut. Ok, ich sollte auch von mir die arten Leute umbringen, die nichts können. So, hier werde ich wahrscheinlich mal runterfallen. Achso, genau, da war ja was, dass ich die nur irgendwie bestimmt angreifen kann. So, ich würde sagen, ich... Ok, boah, einfach durchrennen. Was wahrscheinlich nicht die beste Idee ist. Lass mich durch. Das sind doch Geister. Wieso kann ich nicht durch die... durch... nein. Gut. Ihr seid gestorben, ja. Ich wusste gar nicht, dass Geister Wirbeltiere sind. Was hab ich hier denn? Ähm... Womit kann ich die denn angreifen? Es war doch diese Fluchhand. Einen. Genau, Wanderfluch. Wunderfluch. Ok, ich glaube, wir sehen uns wieder da unten. So. Weil dann nehme ich den jetzt einfach mal... Und jetzt kann ich Geister umbringen, die gar nicht mehr so wenig Hilfe geben. Ah, ne. So, jetzt gehts hier allerdings mal weiter. Ich klatsche hier halt alle schon, bevor die mir auch was anhaben können. Die Viecher können auch Wanderflüche droppen, soweit ich weiß. Das heißt, darauf muss ich auf jeden Fall hoffen. So, hier sind relativ viele. So. Seelen. Ja gut, gezeigte Geisterklänge. Ne. Wo hab ich jetzt hier den dummen Beschleuniger? Ach Gott, wie sag ich so viel hier, da Beschleuniger. Ich parier durch. Kurz, schwer, lang, schwer, zerrochen, schwer. Gezackte Geisterklinge. Das Gute an denen ist, wenn ich eine gezackte Geisterklinge hab, kann ich mir die Geister einfach verprügeln ohne irgendeinen Wanderfluch. Weil, die kommen ja von denen. Bin ich der Meinung. Jetzt will die zwar drei Schläge haben, aber das ist mir jetzt erstmal egal. So, da haben wir große Seele in Klammern Soldat. Gut, du willst nicht runterkommen. Hab ich auch nichts gegen. Ach, jetzt also doch. Wie man sieht, machen die auch nicht den meisten Schaden. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, die alle zu verprügeln. Ich glaub, ich muss auch noch das Wasser ablassen. Ja. So, weg mit euch. Noch einer. Langsam nervt ihr. Ich bin der Meinung, die gezackte Geisterklinge ist eine sehr seltene Waffe. Das war's. Du willst? Nein. Das war's. Es ist ein Surpreis. Ich bekomme wenige Besucher, save für Ghosts. Du hast den Lord Vessel. Sehr Impressive. Ich weiß genau, was deine Intentions sind. Du seekst die vier Kings, whom ich guarde über. Dies ist die Key für die Seele. Die vier Kings sind in der tiefsten Kammer des Ruins. Use this key to break the scene and open the floodgates. Oh, and do not forget. The Dark Raves reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Long ago, the Knight Artorias traversed the Abyss. If you could find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Interessant. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Okay, nur Wanderflüche, okay. Gut. Du hast Wanderflüche für uns, Braun, allerdings nicht. Kann ich nicht hier? Okay. Normalerweise kann man doch hier runterrutschen, oder nicht? Ne, hab jetzt grad keinen Bock. So, ich glaube jetzt können wir hier rüberspringen, um dann hier nicht rein zu gehen. Also hier können wir dann einfach runter und Spaß haben. Aber vorher müssen wir das Wasser ablassen, wie gesagt. Allerdings weiß ich nicht zu 100% wo. Ich glaube, das ist es. So, die Tür öffnet sich. Ich würde nur sagen, das geht schnell. Auch wenn ich nicht weiß, warum das hier überhaupt alles geflutet war. Wir haben alles richtig gemacht. So, jetzt müssen wir da irgendwo runter. Genau, von hier kommen wir. Du nervst nur. Jetzt müssen wir da hin. Ah, das war zu tief. Ja gut, warte. Bin ich einfach mal so frei und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... Nein. Okay, gut. Das hat gut geklappt. So, und jetzt, wo das Wasser abgelassen ist, würde ich gerne einfach nur durchrennen. Denn ganz ehrlich, diese Geister sind schon nervig. Das müsst ihr zugeben. Ich habe keinen Bock, und ich habe auch keinen Bock zwischen gezagte Geisterklinge und ach, keine Ahnung, ich renne einfach durch. So, und wie man hier schon seht, das Wasser ist ein bisschen tiefer. Gut, hier ist eigentlich relativ einfach. Die zwei Schläge waren peinlich. Wird nicht besser. So, das Gute ist, für den Boss hier brauchen wir keinen Wanderfluch oder gezagte Geisterklinge. So, du nervst mich jetzt einfach mal nicht. Vielen Dank. Der Geist ist einfach nur irgendwie nur manchmal da. Die Geister da hinten interessieren mich alle nicht. Schöne ist, die Geister verlieren glaub ich auch nicht ihre Akko. Ist noch schöneres, die sind allerdings nicht schnell genug. So, und jetzt hier durch. Die kommen da durch. So, eigentlich können wir ja einfach runterspringen, aber hier sind irgendwie manchmal solche Absätze, vor denen ich Angst hab. Ach komm, Jule. So. Oh nein, ich falle. Und ich bin im Abgrund. Wie tief kann man fallen? Bam. Okay. Der Schaden ist ganz betrachtlich. Ich sollte mir angewöhnen, mehr zu rollen. Egal. Tot. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Nächste ist. Da. Also, bei dem Boss wollten der Ralu keine Arena kreieren. Man, der macht mir auch keinen Schaden, deswegen YOLO. Ja gut, das macht vielleicht dann doch ein bisschen Schaden. Das vielleicht auch. So, kannst du jetzt einfach bitte mal sterben? Stirb. Kein verdammte Scheiße. So, nächster. Und, komm, stirb. So, letztes Estos. Der Linkse ist er auch fast tot. Hallo? Ab. Nein, roll doch. So knapp. Ein, zwei, erstes mehr und es hat geklappt. So. Hier ist einmal ein Message. Gelobt sei die Sonne. Warum auch immer. So. Komm rein, ihr Würschchen. Ach, komm schon. Die Attacke ist ehrenlos. Einfach immer einmal wegrollen, wenn er zuschlägt und dann einmal zuschlagen selber. und vielleicht auch mal zweimal oder dreimal. Wenn der dritte Schlag gar nicht geplant war, der vierte erledigt blieb. Nein. 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 Komm, jetzt trink. Trink, 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 trink. Ich habe einfach mal einen schweren Angriff gewagt. Oh. Nein, wieso hat der nicht getroffen? Ja, okay, das ist mir relativ egal, viel Zeitverbrauch für Licht. Einfach Druck hauen, wieder zielst viel Zeitverbrauch für Licht, ah scheiße, jetzt will noch ein zweiter Stress, nicht nochmal, komm, ehrenlos. Jetzt lass mich doch einfach mal dich umbringen, danke. Schön ist, während der Sterbe-Animation kann man Ihnen noch Schaden zufügen, weswegen man es schaffen kann, nur drei zu klatschen. Und jetzt trink, egal, so, nach der Animation bist du tot. Und weg! Get rekt, bitch! Fürstenseelenscherbe, Menschlichkeit und ne fette Schlange und 60.000 Seelen. Puh, second try. Aufsteigen, was haben wir denn? Zwei Level Up schauen wir. Eine Kondition und eine Vitalität. Gott! Gott! Greetings, undead warrior. I am the primordial serpent, Darkstalker Kahn. I can guide thee and illuminate the truth. The truth I shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth unique soul, a dark soul. Your ancestor claimed the dark soul and waited for fire to subside. And soon the flames did fade, and only dark remained. Thus began the age of men, the age of dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire and in dire fear of humans. And the dark lord, who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the dark lord. I am the primordial serpent. I seek to write the bombs of the past, to discover our true lord. But the other serpent, Thrapt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature. And become the fourth lord, so that you may usher in an age of dark. No. Very well. Come. Juck dein. I will now guide you to Gwyn's prison. Be still and trust thine flesh to me. Fress mich. No. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.